Nautilus Tastenkürzel Welche Tasten müssen gedrückt werden, damit was passiert beim Dateibrowser Nautilus? Ich öffne den Dateibrowser. Taste F9 öffnet oder entfernt die Seitenleiste. Steuerung N öffnet ein neues Fenster. Mit Shift-Steuerung N wird dann ein neuer Ordner angelegt. Datei oder Ordner markieren. Steuerung O öffnen Sie die Datei oder den Ordner. Ordner markieren. Shift-Steuerung O öffnet den Ordner in einem neuen Reiter. Datei markieren. Alt-Enter zeigt die Eigenschaften an. Shift-Steuerung W schließt alle Fenster. Steuerung W schließt das Fenster. Datei markieren. F2 Jetzt kann man die Datei umbenennen. Steuerung R Die Ansicht wird aktualisiert. Steuerung H Die versteckten Dateien werden angezeigt. Oder wieder versteckt. Steuerung L Die Adresszeile wird angezeigt. Steuerung Plus Die Ansicht wird vergrößert. Steuerung Minus Die Ansicht wird verkleinert. Steuerung O Ansicht Normale Größe Steuerung 1 Symbolansicht Steuerung 2 Listenansicht Steuerung F Man kann nach Dateien suchen. Alt Position 1 Man springt zum Home-Verzeichnis Die Tastenkürzel werden jeweils rechts neben der Funktion angezeigt. Ciao und viel Glück! darauf Abonniert い 4 Jun호 Dat bom 1 こ % f Untertitelung des ZDF, 2020